Stadt, Land, Rieglersprache, der Podcast. Ah, ok. Und was machen sie dann damit? Ich bringe einen Satz zum Schrotthändler und vieles Geld wird nach Gummara geholt. Also Bier trinken und helfen. Bier trinken und helfen. Oder was es heute gibt. Oder was es heute gibt. Gitter, Kadermalz, alkoholfreies Weizen, geht alles. Hauptsache schmeckt und da ist so ein Bäcker dabei. Genau, und da machen wir jetzt nämlich auch mit. Von Stadt, Land, Rieglersprache. So schaut es aus. Wir trinken, ihr trinkt auch. Wir würden in der Woche noch hustern, die Bierdeckerlei sammeln. Genau. Und würden sie dann an einer Sammelstelle abgeben. Ja. Genau. Und meldet euch bei uns. Entweder bei Messenger hier in Facebook. WhatsApp. Genau. Postkarten. Können wir auch gerne einer schreien. Alles schon kommt. Haben wir alles schon gehabt. Postkarten darf ihr auch gerne schreiben. Wenn ihr Bierdeckerle habt. Egal wie viel. Auch wenn es nur 2 oder 3 Stück sind. Lasst sie uns zukommen. Oder gebt uns Bescheid. Und wir werden es abholen. Genau. In der Woche noch Ustern. Und. Amela. Oder wieder was. Amela. Frank hier drückumschlagen. Was er halt großer zur Hand hält. Genau. Und. Damit. Hilft mir. Ohne. Prost. Ohne das Wiedert. Genau. In diesem Sinne. Such ich schon mal Prost. Und. Lasst es euch schmecken. Und hoffentlich kriegen wir ganz viel Bierdeckerle zusammen. Ja. Und vielen Dank fürs Helfen jetzt schonmal. Dankeschön. Servus. Servus.